Aufgabe 1, hier eine Wurzelaufgabe. Die Wurzel von 3,24 ist sicher kleiner als 3,24. Dieses Zeichen. Minus 3 hoch 2 gibt 9. Die Wurzel von 9 ist 3 oder minus 3. 3 ist natürlich grösser als minus 3. Die Wurzel von 3,6 ist sicher kleiner als 2, weil 2 ist ja Wurzel 4 und Wurzel 4 ist grösser. 0,01, die Wurzel, ist 0,1 und 0,1 ist grösser als 0,02. Die Wurzel von 2,25 ist 1,5, ist dasselbe wie 1,5. Die Wurzel von 2 ist irgendwas mit 1,41, glaube ich. Aber wenn ich nicht sicher bin, überlege ich mir, was ist dann 1,4 hoch 2? 1,4 hoch 2 wäre 1,96 und die Wurzel 1,96 ist sicher kleiner als die Wurzel von 2. Also kann ich hier dieses Zeichen setzen. Stopp. Das ist genau falsch. Ich muss es so setzen, so stimmt es. 1,96 Wurzel ist sicher kleiner als die Wurzel von 2. Jetzt stimmt es. Das sind drei Punkte der ersten Aufgabe geschafft. Das sind die Wurzel von 4,5 und 3,5-4,5. Das ist natürlich ein Problem. Das ist klar.